Willkommen zur zweistündigen Vorlesung Spieltheorie 2 im Frühjahrsemester 2021 an der Universität Mannheim. Dies ist das zweite Video zu Kapitel 2. Im ersten Video haben wir die Originalversion des Sekretärenproblems gesehen und die Lösung von Lindley studiert. Nun kommen wir zu einer Variante, die 1984 Bruce aufgestellt und analysiert hat. Da wird die Zeit eine Rolle spielen. Bevor ich zur Variante komme, erinnere ich an einige Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie. Zuerst erinnere ich an den Begriff des Wahrscheinlichkeitsraums. Das ist ein Triple Omega Script A und P, wobei Omega eine nicht leere Menge ist. Script A ist eine Sigma-Algebra auf Omega. Das hatten wir in Definition 1,1 gesehen und P ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf der Sigma-Algebra Script A. Auch das war in Definition 1,1 drangekommen. Die Stripe ist dann ein Wahrscheinlichkeitsraum. Die Elemente von Script A sind die möglichen Ereignisse. Die nennt man dann auch hier messbare Mengen und für jede solche Menge Latein A in Script A ist der Wert P von A dann die Wahrscheinlichkeit dieser Menge. So und jetzt eine ganz klassische Erinnerung. Im Falle Omega gleich R gibt es eine kleinste Sigma-Algebra, die alle Intervalle enthält und dann automatisch alle offenen, halboffenen, geschlossenen Intervalle. Und das ist die Borel-Sigma-Algebra, Script B von R. Und die Elemente davon heißen dann auch Borel-Mengen. Jetzt eine kleine Aussage, ein Lemma. Wenn Omega AP jetzt irgendein Wahrscheinlichkeitsraum ist, dann ist da jetzt noch x eine Abbildung von Omega integrieren Zahlen. Wenn dann gilt, dass für jedes Intervall von minus und endlich bis zu einem Punkt x, was dort offen ist, das Urbild unter dieser Abbildung Groß-X eine messbare Menge ist, dann ist auch für jede Borel-Menge das Urbild dieser Borel-Menge eine messbare Menge, also in Script A. Und eine Abbildung mit dieser Eigenschaft, also für jedes x ist das Urbild des Intervalls von minus und endlich bis x eine messbare Menge, die heißt dann Zufallsvariable. Insbesondere ist sie auch messbar. Nun sei Omega AP ein Wahrscheinlichkeitsraum und x eine Zufallsvariable. Dann bekommt man noch eine Verteilung von x, Wahrscheinlichkeitsverteilung, eine Abbildung P Groß-X. Die ordnet jeder Borel-Menge die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses x hoch minus 1 von der Borel-Menge zu. Wenn x eine Zufallsvariable ist, ist die x hoch minus 1 von der Borel-Menge eine messbare Menge in Script A und das ist dann ein Ereignis und die hat eine Wahrscheinlichkeit. Und die Funktion, die jeder Borel-Menge dann diese Wahrscheinlichkeit zuordnet, ist die Verteilung von x. Und die Verteilungsfunktion von x ist dann spezieller, die ordnet jeder reellen Zahl die Wahrscheinlichkeit zu des Ereignisses x hoch minus 1 von minus und endlich bis x. Das ist ja dann auch eine messbare Menge. Und diese Verteilungsfunktion ist eine monoton wachsende Funktion. Also fx von so einem Punkt ist dann die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Groß-X einen Wert zwischen minus und endlich und klein x annimmt. So, das waren ein paar Erinnerungen an die Wahrscheinlichkeitsstorie. Mehr als wir sonst in der Spieltube brauchen, aber bei dem Kapitel hier brauchen wir das. Jetzt kommt die Variante von Bruce zum Sekretärinproblem von 1984. Wie gesagt, jetzt spielt die Zeit eine Rolle. Gegeben ist jetzt eine im Allgemeinen unbekannte Anzahl Groß-N von Gütern. Ich erkläre gleich, was ich meine mit im Allgemeinen Unbekannte. Und die einem Spieler zu unbekannten verschiedenen Zeiten ZI innerhalb eines bekannten Zeiten von 0 bis T präsentiert werden. Und wie in der Originalversion sind wieder alle Endfakultät Reihenfolgen gleich wahrscheinlich. Aber es ist hier ziemlich unbestimmt. Man weiß nicht mal, wie viele Güter ankommen und man weiß auch nicht, wann sie ankommen. Nur zu verschiedenen Zeiten innerhalb des Intervices von 0 bis T. So, die Güter haben wie vorher auch alle unterschiedliche Werte für den Spieler. Und auch wie vorher, sobald er das RT gut gesehen hat, sobald ihm das präsentiert wird, kennt er das Ranking unter den ersten R-Gütern, aber weiß nichts über das Ranking der weiteren M-R-Gütern. Er muss zu irgendeinem Zeitpunkt das zuletzt präsentierte Gut wählen und dann endet das Spiel. Und wie vorher hat er nur dann gewonnen, wenn das gewählte Gut das beste aller Endgüter ist. Sonst hat er verloren. Also das ist ganz verwandt zu der Originalversion. Und jetzt hat man wieder natürliche Fragen. Mit welcher Strategie kann er die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen maximieren? Und wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ungefähr? Und wieder ist dann dieses Spielerrisiko neutral. Wir haben jetzt hier zwei Unbekannte, nämlich die Anzahl der Güter und die Zeitpunkte, wann die Güter dem Spieler präsentiert werden. Und bei beiden muss ich noch, beides muss ich noch im Rahmen der Wahrscheinlichkeit modellieren. Die im Allgemeinen unbekannte Anzahl N wird folgendermaßen modelliert. Auf der Menge der natürlichen Zahlen und auf der ganz elementaren Sigma-Algebra der Menge, einfach der Potenzmenge der Menge der natürlichen Zahlen, das ist eine ganz triviale Sigma-Algebra, da liegt ein im Allgemeinen unbekanntes Wahrscheinlichkeitsmaß g, dass jeder Teilmenge der Potenzmenge dann eine Wahrscheinlichkeit inzwischen 0 und 1 zuordnet. Ja und dann ist mit dieser Wahrscheinlichkeitsmaß ist dann das Triple N Potenzmenge von N und dieses Wahrscheinlichkeitsmaß ein Wahrscheinlichkeitsraum. Und hier hat man eine ganz banale Zufallsvariable. Man nimmt einfach die identische Abbildung von natürlichen Zahlen und natürlichen Zahlen, wobei das Bild dann Teilmenge der reellen Zahlen ist. Die Zufallsvariablen müssen die Abbildung von Omega nach R sein. Hier ist Omega gleich N und N geht mit Identität auf N und das ist Teilmenge von R. So und jetzt die Ankunftszeiten ZI der einzelnen Güter, die werden jetzt folgendermaßen modelliert. Man startet hier mit dem Wahrscheinlichkeitsraum, das Zeitintervall von 0 bis T, dann die Borel Sigma-Algebra auf diesem Zeitintervall von 0 bis T und noch ein Standardmaß µ. µ misst bei Intervallen einfach die Länge des Intervalls und teilt sie durch T, damit es ein Wahrscheinlichkeitsmaß wird. Das ist also der Standardintervall zur Borel Sigma-Algebra, der Standardmaß zur Borel Sigma-Algebra. Gut und hier sind jetzt die ZI lauter Zufallsvariablen auf diesem Wahrscheinlichkeitsraum und die sollen alle die gleiche stetige Verteidigungsfunktion Groß F haben, das wir im Allgemeinen nicht kennen, aber manchmal schon. Also das ist eine monoton wachsende Funktion von R auf die Zahl 0,1, wobei für y kleinerleicht 0 R von y gleich 0 ist und für y größerleicht T ist f y gleich 1. Also man fängt bei 0 an, geht bis 0 und dann wackelt man hoch, monoton und bei y gleich T ist man schon beim Wert 1, dann bleibt man Wert 1. Also eine typische Verteidigungsfunktion. Manchmal werden wir annehmen, wir kennen sie und manchmal werden wir annehmen, wir kennen sie nicht. So, jetzt kommen drei Bemerkungen, bevor ich zu den möglichen Strategien komme. Also Groß F ist vielleicht nicht bekannt, aber wir wissen, wir nehmen an, dass es stetig ist und dadurch ist sichergestellt, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass zwei Güter zugleich ankommen, 0 ist. Weil f stetig ist, ist das dann nicht möglich, dass zwei gleichzeitig ankommen. Die Wahrscheinlichkeit ist 0. Gut, und dadurch, dass die ganzen Ankunftszeiten z i die gleiche Verteidigungsfunktion Groß F haben, dadurch ist sichergestellt, dass alle Reihenfolgen gleich wahrscheinlich sind. Also hier ist etwas Wahrscheinlichkeit drin, was ich jetzt nicht genauer noch diskutieren möchte. So, jetzt komme ich zu diesem im Allgemeinen unbekannt. Also die Anzahl n der Güter und ihr Wahrscheinlichkeitsmaß g sind im Allgemeinen unbekannt, weil ich sie im Folgenden manchmal als bekannt ansetze und manchmal als unbekannt ansetze oder auch manchmal als teilweise bekannt. Also im großen Theorem 2.10, das ist das Hauptergebnis hier dieses zweiten Teil des Kapitels, da wird dieses Wahrscheinlichkeitsmaß g für die Anzahl n als bekannt angesetzt, aber im noch schöneren Korrelat 2.11 danach dann nicht mehr. Und wir werden zwischendurch insbesondere den Fall betrachten, wo die Anzahl bekannt ist, wo Groß n gleich klein n ist. Wir werden auch den Fall betrachten, wo die Anzahl zwar nicht bekannt ist, wo man sie aber nach unten abschätzen kann, wo man weiß, dass die Anzahl größer gleich einer gewissen Zahl klein n ist. Gut, im ersten Fall ist dann die Wahrscheinlichkeit für Groß n gleich klein n, das ist gleich 1, das ist dann die Wahrscheinlichkeitsmaß auf der Menge mit dem Element n ist gleich 1 und die Wahrscheinlichkeit für die Komplementärmenge ist dann gleich 0. Und im zweiten Fall ist die zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass Groß n kleiner n ist dann gleich 0. Damit kann man das dann sicherstellen, dass man mindestens n klein n für die Güter hat. Jetzt formuliere ich einige Strategien, mit denen wir arbeiten werden. Also jetzt betrachte ich einen Zeitpunkt x zwischen 0 und t und eine natürliche Zeit klein r. Und Rho xr bezeichnet jetzt folgende Strategie. Der Spieler lässt alle Güter bis zum Zeitpunkt x passieren, also nicht eine feste Anzahl, sondern alle bis zu einem gewissen Zeitpunkt und nimmt ihre Werte wahr, also erhält alle Informationen fest. Und dann wählt er unter den Gütern, die danach kommen und jeweils einen höheren Wert als alle vorher angekommenen Güter haben, das Rtegüt. Gut, falls so eins noch kommt. Gut, falls so eins nicht bekommt, hat er verloren. Ich habe hier geschrieben, dann nimmt er zum Zeitpunkt hier das letzte zuletzt gekommene Gute, aber das ist völlig irrelevant. Wenn kein solches Gut mehr kommt, dann hat er verloren, egal was er dann tut. Wobei die Strategie mit im Falle R gleich 1 ist die wichtigste, die heißt dann die Rho x1, die wird auch einfach mit Rho x bezeichnet. Das ist die wichtigste und auch die klarste. Also dann der Spieler wartet bis zum Zeitpunkt x, lässt alles verstreichen, was davor passiert ist. Und danach nimmt er die erste Strategie, die besser ist als die Strategien, die vor x angekommen sind. Gut, im Falle Rho x2 zum Beispiel, da lässt er die erste, die besser ist als alle vorherigen, noch verstreichen und danach die nächste, die wieder besser ist als alle vorherigen, die nimmt er dann bei Rho x2. Das wird später auch noch mal interessant sein, aber das ist nicht so wichtig. Also am wichtigsten sind die Strategien Rho x hier. Man wartet bis zum Zeitpunkt x, lässt alles, was vorher ankommt, passieren und danach nimmt man das erste, was besser ist als alles, was vorher kam. So, besonders wichtig wird der Spezialfall sein, wenn das Zeitintervall normiert ist auf 0,1. Die Normierung ist ziemlich trivial. Und wenn die Verteilungsfunktion für die Ankunftszeiten auch normiert ist, wenn das einfach die identische Funktion auf dem Intervall von 0 bis 1 ist. Und in dem Fall führe ich jetzt eine Notation ein. P unten n von einem Zeitpunkt x zwischen 0 und 1 ist eine relative Wahrscheinlichkeit, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Strategie Rho x erfolgreich ist, wenn man weiß, dass N gleich der 2 n ist. Wenn man weiß, dass die Anzahl der Güter fest und gleich n ist. Also Rho P n von x ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Strategie Rho x im Falle von n Gütern mit bekannten n erfolgreich ist. Das ist eine Definition, das könnte irgendwas sein. Wir werden gleich sehen, dass es ein Podanom ist in x mit rationalen Koeffizienten. Dieser Teil b, der sieht sehr speziell aus, aber der ist dadurch motiviert, dass sich der allgemeine Fall überraschend leicht auf diesen Spezialfall reduzieren lässt. Und dass sich die Zufallsvariable n mit beliebiger Verteilung für die Anzahl der Güter g sich schnell aus den Spezialfällen, wo die Anzahl bekannt und fest und gleich klein n ist, zusammensetzen lässt. Das wird der Beweis des folgenden Satzes zeigen. Der Beweis von dem Teil a wird das zeigen. Teil a betrifft also das allgemeine Problem, wo der Zeitpunkt groß d beliebig ist, wo groß f beliebig ist und wo klein g bekannt oder unbekannt ist. Und der Teil b betrifft den Spezialfall, wo klein g ist bekannt. Man weiß, was die Anzahl der Güter ist. Die ist klein n. Das Zeitlevel ist normiert und die Verteilungsfunktion für die Ankunftszeiten ist auch normiert. Das ist die identische Abbildung von 01 und 01. So und Teil b wird gleich als erstes bewiesen werden und danach Teil a. Aber jetzt werde ich noch Teil a erst mal formulieren. Hier ist ein Teil von teilweise sichtbar. Also ich formuliere jetzt Teil a und danach mache ich im nächsten Video weiter und formuliere Teil b und beweist dann b und a. Da gehe ich dann noch mal in a rein. Aber hier formuliere ich schon mal das Hauptergebnis von Bruce 1984, den Fall a des Theorem 3.10. So hier wird die Verteilungsfunktion klein g für die Anzahl der Güter groß n als bekannt angesetzt und die Verteilungsfunktion groß f der Ankunftszeitpunkte ist auch bekannt. Und dann gibt es einen Zeitpunkt z-Stern im Intervall von 0 bis t, sodass unter den Strategien Rho x zumindest keine besser ist als die Strategie Rho z-Stern. Also ich habe hier nicht behauptet, dass die Strategie Rho z-Stern die allerbeste mögliche ist, aber unter den Strategien Rho x ist Rho z-Stern die beste. Und dieser optimale Zeitpunkt z-Stern erfüllt, dass er kleiner ist als ein anderer gewisser Zeitpunkt, nämlich e f hoch minus 1. Also es ist kein hoch minus 1, es ist eine Notation, e f oben minus 1. Wobei das hier das Infinum ist über alle Rehenswerte z, sodass f von z gleich e hoch minus 1 ist. Groß f war als stetig und monoton wachsend angesetzt worden, aber ich hatte nicht verlangt, dass es strikt monoton wachsend ist. Daher kann es auch zeitweise konstant sein. Daher brauche ich hier das Infinum über diese Werte von z mit Groß f von z gleich e hoch minus 1. Also das ist eine relativ leichter zu bestimmende Grenze. Wir werden später diskutieren, dass die z-Stern im Allgemeinen schwer zu bestimmen ist, aber das e hoch minus 1 ist etwas leichter zu bestimmen. Und in guten Fällen liegen die beiden Werte nah beieinander und zwar in den folgenden Fällen. Wenn man weiß, dass man genügend viele Güter hat, dann ist z-Stern nah an e f hoch minus 1 und das formuliert präzise so. Zu jedem y größer 0, also beliebig klein ist f größer 0, gibt es eine Grenzanzahl klein n0, sodass für jede Wahrscheinlichkeitsverteilung klein g, Wahrscheinlichkeitsmaß klein g, die zu mindestens n0 Gütern führt, also die Wahrscheinlichkeit, dass man weniger als n0 hat, ist n gleich 0, gilt, dass z-Stern in dem kleinen offenen Intervall ist, halb auf dem Intervall ist, von e f hoch minus 1 minus y bis zu e f hoch minus 1. Also links ist es abgeschlossen, der Grenzwert könnte erreicht werden, rechts ist es offen, e f hoch minus 1 ist immer strikt größer als z-Stern. Also wenn man weiß, dass man hinreichend viele Güter bekommt, dann kann man diese optimale Stoppzeit abschätzen, dann liegt sie ein kleines bisschen unter der naiveren Stoppzeit e f hoch minus 1. Das ist der Teil a des Theorem 2.10, den Teil b werde ich dann im nächsten Video diskutieren und dann auch im nächsten Video werde ich Teil b und danach Teil a beweisen. Erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.